ein kirby ich habe keine ahnung in welchem level ich bin ich habe keine ahnung wo ich bin aber eins weiß ich schon wieder nahe hier mit immer mit wo ich jetzt mein hauer ich will gar nicht mehr danach fragen ich will einfach gar nicht mehr danach fragen ist das immer noch level 1 und zwar da habe ich jetzt überall was vergessen ja stirbt langsam bin ich auch nicht unruhig nicht dass ich normalerweise richtig wieder nach unten ja oder so das war ein gerissener schaff zu sich auch mal an wo wir hier sind nein jetzt haben wir hier schön am wasser die sonne geht gerade unter das ausstellen orange das ist sie auch toll ist es hier ein bisschen bleiben cocktail schlürfen macht ja nichts was das gewesen ich habe ja sowieso genug leben habe ich hier was vergessen ja ich habe hier was und hier was ich glaube es wird nur ein level geben es wird nur einfach nur ein level geben also zumindest im vorletzten welt wird es ein level geben dem es keine geheimnisse zu entdecken gibt in der letzten welt dann muss man dann überall was finden ich bin ja ich bin ja ich bin 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 ich das ist das hat sich jetzt irgendwie mein schädel eingebrannt dass das jetzt kann ich auch nicht mit meinem Kopf das heißt hier mit damals ich vercheck das einfach die ganze Zeit und ich renne einfach die ganze Zeit durch und versuche irgendwas zu labern einfach nur wirklich die ganze Zeit so jetzt brauche ich einfach nur mein hammer einfach mehr mehr nicht nicht mehr und nicht weniger dann bin ich dann bin ich glücklich glücklich und zufrieden glücklich und zufrieden du mieser jetzt bin ich nicht mehr glücklich und zufrieden aber mit dem hammer wäre ich das wer sagt es denn super und weiter zuerst level 1 hier muss ich aufpassen nicht erwischt zu werden in level 1 wird es dann echt schmerzvoll wenn man sich unter wasser beschnitten vor allem die frösche die sind unberechtigt einfach wirklich nur unberechenbar guck was was macht er egal ich bin ihn los und darauf kommt es mir an den stachel der vorbei schnell man merkt ich beginne zu rumoren wenn man das so ausdrücken kann und damit meine ich nein ja stirb und fall runter rechts und unten im Hut steht es Loser könnt ihr lesen was ich bin so jetzt ja das meine ich damit so was geht was geht was geht Vielen Dank.